Die Pochers sind besser als jede Reality-Show geworden, stellt Sandy May Wölden in der aktuellen Folge des gemeinsamen Podcasts fest und appelliert an ihren Ex-Mann Oliver Pocher, doch etwas besonnener zu agieren. Den Wunsch nach Ruhe teilt der laute Comedian überraschend. Seit Monaten beherrschen die Pochers die Schlagzeilen. Doch damit könnte nun bald, zumindest vorerst, Schluss sein. Denn offenbar sehnen sich alle Beteiligten nach etwas Ruhe inmitten der öffentlichen Trennungsschlammschlacht. Oliver Pocher, 45, schlägt in der neuesten Folge des Podcasts Die Pochers. Frisch recycelt im Gespräch mit Ex-Frau Sandy May Wölden, 40, jedenfalls überraschend versöhnliche Töne an. Und kündigt auch eine kleine Auszeit für Februar an. May Wölden kritisiert Pochers Derbe-Wortwahl. Es war vor allem der Comedy-Star, der nach der im August bekannt gegebenen Trennung immer wieder in Richtung seiner noch Ehefrau Amira Pocher, 31, stichelte und damit die Berichterstattung befeuerte, während sie sich kaum zu den privaten Vorkommnissen geäußert hat. Verarbeitete er bekanntermaßen alles in seinem Bühnenprogramm Der Liebeskasper und kommentierte auch auf seinem Instagram-Account fleißig. Davon gab es jetzt von seiner ersten Ehefrau Sandy eine klare Rüge. Er habe sein Handy und Instagram als Waffe genutzt und damit geschossen. Sie finde seine Postings und seine Wortwahl teilweise nicht in Ordnung. Sie erinnerte daran, dass sie auch immer ihren Kindern sage, Worte haben eine Konsequenz. Und gerade Oliver Pocher, der in der Öffentlichkeit steht und 1,7 Millionen Follower hat, trage eine große Verantwortung. Viele achten genau auf deine Wortwahl. Wenn er dabei über das Ziel hinausschieße, müsse man das auch kritisieren. Deine Wortwahl kann verletzend und respektlos sein. Oliver Pocher wünscht sich mehr Diskretion von allen Beteiligten. Es sei aber positiv, dass Pocher Kritik annehmen könne und zuhöre. Ich bin froh, dass es von deiner Seite aus einen Fortschritt und ein Einsehen gegeben hat. Er sei schließlich auch weit davon entfernt, perfekt zu sein. So betonte sie, wie gut es sei, dass er einen beleidigenden Post über Christian Düren, 33, wieder gelöscht habe. Von dem TAF-Moderator und Amira Pocher waren Fotos aus seinen gemeinsamen Südafrika-Urlaub aufgetaucht, die den Comedian auf die Palme getrieben hatten. Zwar sagt Oliver Pocher weiterhin, dass er diese Fotos unangenehm finde und er sich mehr Diskretion wünsche. Dennoch gab er zu, dass er mit manchen Äußerungen vielleicht übertrieben habe. Man dürfe jedoch auch nicht vergessen, dass er auf der Bühne eben Entertainment liefere und Aussagen treffe, die er in einem Interview womöglich nicht so tätigen würde. Das sei zum Teil extremes Entertainment, das manchen vielleicht auch nicht gefalle. Letztlich sei es aber seine Art und Weise, Dinge zu verarbeiten. Ich reagiere sehr authentisch auf Situationen.